Hallo, Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf 6 Let's Play. Also mit meiner Wenigkeit, ich grüße euch, es geht mal wieder los. Police Simulator Patrol, je nachdem, Officer. Nun wird sich der eine oder andere sagen, Moment, der Name, der sagt mir doch irgendwas. Und ja, es gab schon mal ein ähnliches Spiel vor zwei Jahren. Das nannte sich Police Simulator Patrol Duty. Kam von Big Moon oder Bigfoot Interactive, je nachdem. Und war jetzt eher, naja, ne. Und nun scheint es, wenn ich das irgendwie so richtig verstanden habe, das Spiel wurde dann irgendwie einen anderen Entwickler gegeben oder irgendwie abgetreten. Oder Astragon, was der Publisher ist, ist zu den ASEA Interactive gegangen. Das ist eine deutsche Firma, also ein deutscher Entwickler. Und ja, jetzt haben wir halt Police Simulator Patrol, Officer. Startet am 17. Juni im Early Access, wird bis dahin auch deutsch sein. Bis jetzt alles englisch. Ihr seht auch schon, ich habe schon ein bisschen gespielt, zwei Stunden im Genauer zu sein, um das alles ein bisschen zu verstehen. Und ja, bietet halt im Early Access schon mal ein bisschen was. Es folgen aber noch Multiplayer für zwei Spieler und weitere Distrikte, etc., etc., etc. Also, alles so eine Sache. Wir createn uns jetzt hier einen neuen Account und dann erzähle ich euch mal ein bisschen was über das Spiel. Wir nehmen den Charakter Frank Miller. Warum? Weil das der einzige ist, der irgendwie so halbwegs passt. Also hier, da sehe ich mich jetzt eher weniger. Eher so Frank Miller, ganz klar. Wir haben keinen invertierten Look. Wir spielen auf Simulation und wir lassen die Tutorials an. Wir drücken einmal Start und gehen dementsprechend hier mit rein. Frank Miller. Ihr seht auch so die Animation und das Ganze, ne, es ist ja inner dementsprechend schon alles hier daran. So, wir haben drei Distrikte und von diesen drei Distrikten ist bis jetzt einer frei bei Early Access und zwar Melting Pot. Ja, dann gibt es noch Downtown und Brick Station oder Brick Stone, je nachdem, die wir mit den Marken hier freischalten. Aber ihr seht, das kommt erst in den Future Update, deswegen gehen wir halt in, ja hallo, bitteschön, gehen wir in diesen Distrikt rein. Ihr seht, Distrikt Prozess, 10 Marken, also 10 Sterne müssen wir hier sammeln, bis wir den Distrikt dementsprechend voll haben. Und je nachdem, wie viele Sterne wir hier haben, seht ihr links, kriegen wir neue Fähigkeiten dazu. Am ersten Tag, beziehungsweise in den ersten Stern, bis wir uns den ersten Stern verdient haben, können wir erstmal nur Tickets kontrollieren. Also parken da Autos. Danach geht es weiter und weiter und weiter. Ich würde sagen, wir klicken hier einfach mal Ryan. Piep, piep, piep. Ja, ja, danke, danke. Und würden sagen, take the day off, also beziehungsweise nicht take the day off, sondern hier, ne, wählen das Ganze aus. Und dann gehen wir mal ein bisschen rein. Bei dem Early Access, bla bla bla, ist eh alles in Englisch, deswegen relativ, ich versuche es euch mit eigenen Worten zu erklären. So, die Police Station sehen ein bisschen mager aus, muss ich zustehen. Also hier hinten ein paar Schreibtische, die USA-Flagge, ist ganz klar. Wir können hier so normal laufen, das sieht ein bisschen robotermäßig aus. Oder halt rennen, was wir so größtenteils tun werden. Ansonsten können wir hier nichts weiter machen. Wir haben über Tabulator ein paar Fähigkeiten. Wir haben eine Gun, wir haben eine Stun Gun, also einen Taser im Endeffekt, einen Police Computer haben wir dabei. Später kriegen wir noch Flashlight, ein Radar, eine Kamera und ein Pullover-Sign. Und was auch recht lustig ist, komme ich gleich dazu. So, in den Optionen, gibt es 3 Millionen was, dies, das, kennt ihr ja mittlerweile, kann man die Duty-Länge, also sprich die Schichtlänge einstellen. Wir sind standardgemäß auf Mittel, das heißt, wir spielen von 8 Uhr AM, glaube ich, bis 4 Uhr PM. Ne, soweit, so klar. Das Setting ist halt amerikanisch, ne, ist klar. Wir spielen hier amerikanisch und wir sehen jetzt hier, laut Tutorial, ich überspringe das alles, dass wir jetzt ein paar Fähigkeiten haben und dementsprechend jetzt hier Parken der Autos kontrollieren sollen. Wir sehen zum Beispiel hier, ja, alles schön, wir haben hier ein Kennzeichen, das ist die Jahresplakette, das ist der Monat, bis das zugelassen ist. Ihr seht, wir spielen am 4.5., also sprich am 4. Mai 2020 und das Kennzeichen, also hier die Registrierung, die Steuerkette, könnte man auch sagen, ist soweit alles gut. So, wir gehen jetzt hier dran, können ein Ticket ausstellen für, ist zu nah auf der Straße, dann holt er das ganze Ding hier raus, unterschreibt es, klebt es dran und wir bekommen, sehe oben rechts, sogenannte Punkte, Shift and Conduct Points. Wenn wir was richtig machen, bekommen wir Pluspunkte, beziehungsweise allgemein, wir bekommen halt Punkte. Machen wir was falsch, also Counterpoints, CP haben wir hier oben 100 Stück, wird uns von den 100 Stück immer was abgezogen, je nachdem, wie schwer das Vergehen ist, was wir gerade falsch gemacht haben. Das ist als Prozent anzusehen, heißt wie folgt, wir kriegen, wir haben jetzt 10 Punkte und würden, wenn wir jetzt abrechnen würden, 10 Punkte, beziehungsweise 15 Punkte bekommen wegen dem Bonus. Und das sind die 100 Prozent. Gehen wir jetzt auf 10 Punkte, also 10 Counterpoints, wir haben also nur noch 90, bekommen wir 10 Prozent von denen, was wir erspielt haben, am Ende der Schicht Abzug. Soll also heißen, wenn ihr dann nur noch 10 Punkte habt, bekommt ihr 90 Prozent Abzug. Deswegen ist es halt vom Vorteil, wenn wir alles richtig machen, beziehungsweise halt Leute, beziehungsweise Tickets halt korrekt ausstellen. Das ist das eine Ding. So. Unsere Schicht ist jetzt wirklich erstmal nur am ersten Tag, beziehungsweise eine ganze Weile lang, nur hier rumzulaufen und dementsprechend Tickets zu verteilen. Das ist jetzt zugegebenermaßen nicht aufregend. Ne? Das geht alles. Ähm, dazu, äh, kommt zum Beispiel sowas hier, Scheibe, ne, kaputt. Ist im Amiland egal, äh, da geht's eher nur darum, ob die Karre überhaupt noch fährt, ne? Dann haben wir sowas hier, ne, ähm, es gibt dann dementsprechend auch immer mal wieder ein paar, paar Variablen. Der hat zum Beispiel falsch geparkt. Das heißt, wir können den Ticket ausstellen, können sagen, jo, der steht halt dementsprechend falsch rum. Geben denen den Ticket und bekommen dafür dementsprechend wieder Punkte. Richtig, richtig, richtig. So. Ähm, ich habe ja wie gesagt schon mal zwei Stunden reingespielt. Erstmal auch wegen der Sprache, ne, weil ich wollte jetzt nicht so, so, so ganz, äh, Dulli, ne? Ihr wisst ja, wie es ist. Englisch und Mii, das ist so eine Freundschaft. Kappa. Kappa, Klaus, Mickey Mouse. Ähm. Und habe mir das schon mal alles angeschaut, äh, ging auch schon ein bisschen weiter und so weiter und so fort. Was wir natürlich auch alles hier in den Let's Plays da noch mit, äh, dran nehmen werden. Wir sehen zum Beispiel hier, ne, Parkuhr ist abgelaufen. Gibt ein Ticket, das gibt ein Ticket, ne? Dann passt das Ganze wieder rum. Äh, habe mir das Ganze so ein bisschen angeschaut und so weiter und so fort. Es ist ein bisschen langatmig, aktuell. Ähm, ich glaube, wenn ihr selber spielt, ist es vielleicht aufregender. Für Let's Plays eher mal, äh, dementsprechend so eine Sache. Expears, ja, das ist nicht verliebt. Expearing, Expearing, ja, das war's. So. Gehen wir hier wieder dran. Zack. Dann geht das Ganze hier auch wieder. Na, ist nicht original, beziehungsweise ist abgelaufen. Ne, zack, gibt es dementsprechend wieder Punkte dafür. Und so geht das jetzt halt eine ganze Weile. Ähm, das Spiel hat vielleicht, könnte man fast sagen, äh, aufgrund der Umstände so ein paar Probleme. Ja, unter anderem hier Kennzeichen abgelaufen, ne? Ne, erklären. Also das Spiel hat ein paar Probleme. Und, äh, das geht von technischen Problemen, äh, die wir vielleicht hier sehen werden. Wie gesagt, ich würde es mir ja wünschen, wenn es hier mal in den Let's Plays nächster wäre. Äh, von technischen Problemen, was aber halt verkraftvoll ist, weil es eine Early Access ist, äh, bis hin zu ein paar Logikproblemen. Die Logikprobleme kann man jetzt mehr oder weniger auch, ähm, nicht, oder muss man nicht unbedingt verübeln, weil, gut, ist ein deutsches Entwicklerunternehmen aus, ähm, München, wenn mich nicht alles zäuscht. Ich glaube, die haben aber erst vier, fünf Spiele gemacht. Zwei Reitspiele, äh, ein paar VR-Spiele. Ich glaube, sogar für ein WDR, so ein VR-Spiel mit, 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 mit Bergbau und so weiter und so fort. Und alles, ähm, ja, das haut auch noch hin. Und da kann man jetzt sagen, ja gut, wenn jetzt ein amerikanisches, äh, Unternehmen, also ein Entwicklerunternehmen, einen deutschen Polizeisimulator machen würde, da, ne, ist klar, ne. Da würde man auch sagen, we're, we're here in Germany, hätten jetzt ein Ticket ausgestellt, ne. In einigen Vereinigten Staaten wäre die Anweisung gewesen, schießen. Ne, jetzt mal überspitzt ausgedrückt, ne. Deswegen ist das, äh, ab und, äh, ist das teilweise, denke ich mal, auch zu verzeihen. Aber die Logik lücken, merkt man auf jeden Fall, ähm, dass da jetzt hier dementsprechend ein deutsches Unternehmen das Ganze gemacht hat. Ähm, das werden wir aber im Laufe des Spiels dementsprechend auch noch sehen. Aber ich muss da an manchen Stellen sehr, sehr schmunzeln. Ne, ist es aber nicht so, als wäre ich, als wäre ich jetzt Amerikaner oder hätte jetzt das übelste Wissen über, ähm, amerikanische Polizeiarbeit. Aber beispielsweise dieses Stop-Sein hier gibt's nicht. Das, das ist halt, das ist die deutsche Polizeikelle im US-Set, also mit US-Skin, ne. Es gibt's halt einfach nicht, das, äh, das sind so, äh, die, die Kleinigkeiten, ne, äh, deswegen. Aber wie gesagt, gut, da können wir dementsprechend drüber hinwegschauen. Hier haben wir auch mal wieder ein, äh, ein Kennzeichen, was abgelaufen ist, beziehungsweise Versicherung, die dementsprechend abgelaufen ist. Und dann haben wir zum Beispiel ein Fahrzeug, das steht in einer Area, wo es eigentlich absolut nichts zu suchen hat. Deswegen können wir jetzt einmal hier das Ganze als Ticket ausstellen und wir können es abschleppen. Äh, dann könnt ihr euch nämlich mal den Abschlepper ansehen. Der ist, wie gesagt, was damals dieses, ähm, äh, äh, sag ich schon, Patrol Duty anging, ist das ähnlich. Ihr seht aber jetzt hier, diese Location ist nicht einfach zu erreichen, äh, deswegen kommt der Abschlepper jetzt innerhalb der nächsten 24 Stunden. Clever gemacht. Warum? Wenn Fahrzeuge am Straßenrand oder Kuh stehen, kommt ein Abschlepper mit Animation. Wenn die KI aber nicht hierhin fahren kann, oder es ist nicht programmiert, kommt dieser Text, der halt sagt, ja, wird in den nächsten 24 Stunden abgeschleppt. Also sprich, ne, dass das, äh, Story-technisch, nennen es jetzt einfach mal in-game, einen Sinn ergibt. Gute Umsetzung in dem Sinne gefällt mir besser als wie es ploppt einfach weg. Ne, muss man ja dementsprechend auch loben. So, wir haben es jetzt gleich 11 Uhr, also wir haben auch dementsprechend noch gut zu tun. Und ja, wir rennen hier dem, äh, ja, halt einfach hin und her, ne. Wir haben ab und zu solche Absperrungen hier, da geht es nicht weiter, weil wir dann unseren Distrikt verlassen würden. Was wir hier aktuell nicht tun dürfen. Und, äh, deswegen ist da eher Feierabend. So, ähm, ich laufe jetzt einfach mal hier drüber. Normalerweise sollte man dann auch über die Zebrastreifen gehen, wenn man, wenn ich selbst als Polizei, über Rot gehe, äh, kriege ich auch Minuspunkte und alles, ähm, alles, alles, so, sagen wir mal, äh, schon, ähm, erklärbar gemacht, ne. Also, da, da, das, das ist, ist, ist okay. Das größte Problem, was das Spiel hat, das werden wir im Laufe der nächsten Folgen auch sehen und das werdet vielleicht ihr dann, äh, zur Early-Access-Fassung vielleicht nicht mehr haben, vielleicht immer noch haben, äh, weiß aber nicht, inwiefern man das so schnell fixen kann, ist, äh, ist, äh, die Problematik, wenn der Spieler, in dem Sinne meine Wenigkeit, ich grüße euch, äh, ähm, der KI erklären muss, was gerade los ist, beziehungsweise der Spieler etwas sieht und, äh, mit der Welt, also mit der KI interagieren will und die KI sagt aber, ist nicht. Äh, ist schwierig, äh, kommt gerade bei, ähm, Regelverstößen von Passagieren, äh, sehr gerne mal vor. Äh, äh, das ist zum Beispiel über Rot laufen, ne, wir werden das schon noch, äh, wir werden das sehen, sobald das ja dann freigeschaltet ist in den nächsten Folgen oder vielleicht sogar schon in der nächsten Folge, da werdet ihr da sehen, was ich meine. Da ist das dann, äh, relativ, äh, relativ geil, muss ich, äh, muss ich gestehen und auch da schlagen teilweise wieder die Logiklücken zu. Aber wie gesagt, das ist, äh, kann man mehr oder weniger schon verzeihen, je nachdem, wie ernst man das Spiel jetzt hier nehmen möchte. So, äh, mal wieder, hier ist das Ganze abgelaufen, wunderbar, gehen wir hier ran, den Ticket, äh, das da oben ist es, vielen Dank. Und stellen dementsprechend hier wieder ein Ticket aus. 150 Punkte haben wir schon mal. Wir müssen halt, oder ich versuche halt jetzt, so viel wie möglich Punkte hier zu machen. Ja, ja, verdammt. Gut, jetzt kann, ja, cool, danke. Äh, wollte gerade sagen, jetzt kann ich auch rüber, ne, hier kann ich gar nicht rüberlaufen, weil hier ist Feierabend. Schön, da habe ich sogar vier Punkte hier, also 0,4, oder 4 Prozent in dem Sinne, äh, eingebüßt für nichts und wieder nichts. Danke dafür. Ähm, das ist keine Parking Area. Danke, ich dachte, hier hinten geht es weiter, aber nein, ich befinde mich am, äh, absoluten Rand. So, dann, äh, wird hier wieder gerufen. Wir gehen hier weiter. Ja, 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 ich muss in der Area bleiben. Ähm, ja, 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 ist doch alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Na? Dö, 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 so. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich muss halt in der Area bleiben, das, äh, sonst werde ich gefeuert. Wollen wir ja beide nicht, ne? So, dann, äh, haben wir hier, hier zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Hier steht jetzt, ähm, Auto, also da sitzt auch keiner drin, der parkt relativ nah an der Ampel. Da könnte man jetzt sagen, alles klar, ich schreibe ein Ticket und zwar für No Parking Area. Weil das ist ja keine, das ist an der Ampel, das ist auch in Deutschland nicht erlaubt, ne? Äh, man könnte auch sagen Special Parking Zone, ne? Man könnte halt sagen No Parking Zone. Das ist aber nicht richtig und dann bekommt man falsche, äh, dann bekommt man halt Punkteabzug. Richtige Antwort wäre hier, too close, äh, too crosswalk. Also zu nah am Zebrastreifen oder am, äh, Fahrzeugübergang. Das ist jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, korrekt. Weil hier ist ein Übergang, so Fall nach dem Motto. Der Rest eher nicht. Ob man den nur abschleppen sollte oder nicht, das ist jetzt die Frage. Ich riskiere sicherheitshalber einfach mal nicht. So, hier ist auch alles wieder in Ordnung. Hier so alles valide, da ist alles valide, valide, valide. Man kann dann oder man wird dann später auch, das ist ein bisschen anstrengend für die Augen, wenn man an Fahrzeugen vorbeigeht, einfach aufgrund der Farben dann schon erkennen. Ähm, muss ich hier drauf achten. Also wäre das was oder wäre das nix, weil die unterschiedlichen Jahres, äh, also Jahre, haben a, unterschiedliche Farben. Und, äh, ab, äh, oh, warte mal, da, da, da hat aber jemand, moin. Äh, da hat aber jemand, äh, ne, falsch geparkt, würde ich sagen. Und dann kann man dann sagen, okay, lohnt sich oder lohnt sich dem entsprechend nicht. So, hier haben wir gleich zwei, die wir abschleppen können. Ich bin beeindruckt. Äh, so, einmal bitte. Zack, zack, wrong direction. Sehr schön. Ich hab die halt nie so abschleppen lassen, weil wie gesagt, keine Ahnung hab, ob das richtig ist. Wir wollen es nicht provozieren. Und dann machen wir das Ding hier gleich auch noch. Na, das ist ne, mehr, ohne falsch. So, zack, zack. Wunderbar. Dann passt das Ganze. So, und, äh, ja, da kann man dann im Endeffekt ablesen, äh, lohnt sich oder licht. Weil, wenn ihr bei jedem Auto den hier macht, das geht, äh, nicht nur, dass das Gesungen ein bisschen auf den, auf den Sack geht, sondern, äh, es tut auch irgendwann in den Augen weh. Also, es ist wirklich anstrengend teilweise. Und deswegen da schon mal in Brot-Tipp. Könnt ihr ja mitschreiben. Ne, wie gesagt, Release ist ja bald. So, no poking, äh, no poking, vor allen Dingen no parking area, wieder mal hier. Äh, geht der Zettel dementsprechend ran. Kommt der Abschlepper gleich immer dazu. Ne, dass sich das Ganze erledigt hat. Dann zählen wir hier vorne wiederum weiter. Ich mach gut, Punkte. Ne, das sieht ja alles, äh, ganz, ganz gut aus. Obwohl ich mir grad nicht so sicher bin. Wir waren mal ja, glaub ich, schon mal. Äh, genau, ich bin ja hier hinten erst durchgerannt und da ist auch schon wieder Feierabend. Der Taste, wir gehen jetzt einmal wieder hier zurück. Und, äh, suchen uns mal die Nebenkassen ab, beziehungsweise das Ganze so mit nach hinten. Das sollte eigentlich soweit passen. Weil, Judy, ihr seht, 133 PM, also 13 Uhr Schießmischdott PM, ist jetzt, äh, erst mal noch nicht so wirklich Feierabend. Das dauert noch. Solche kleinen Details wie hier zum Beispiel, ne. Das ist ganz schniegel. Und allgemein, Thema Grafik. Wir sind hier auf der Unreal Engine. Ne, das ist, äh, ja gut, hier am, ne, sozusagen am Dings gibt's halt auch. Äh, wir haben hier die Unreal Engine. Äh, und das sieht man auch. Grafisch also sehr gut. Ne, also immer auf Simulationsbasis noch gesehen, wenn man das so noch ein bisschen eingrenzen darf oder einen Bonus geben dürfte. Oder Rücksicht, je nachdem. Ähm, das ist ganz geil. Ähm, wenn das, äh, dann der neue Standard wird und alles so aussieht, oder aussehen würde, dann wäre top. Ja. Weil, wie gesagt, grafisch gesehen alles gut. Selbst die Charaktermodelle sehen soweit mehr als in Ordnung aus, ne. Äh, Bewegung mit Rennen oder Laufen ist cool. Das ist so ein bisschen robotermäßig, ne. Ähm, das sind aber eher so kleine Feinheiten. Und ich kann mir vorstellen, dass das, also Animation oder, äh, also Charakteranimation, dass das eine ultrafummelige Arbeit ist. Ähm, und deswegen ist das jetzt auch nicht so melodramatisch. Es fällt aber halt auf. Ne, man läuft eh nicht so langsam, weil, ne, da kommt man hier nicht voran. Aber es sieht halt ein bisschen, ähm, steif aus. Ne. Das fällt halt trotzdem immer noch mit ins Auge. So, hier sieht alles gut aus. Da sieht alles gut aus. Nicht so nah, nicht so, ach, was ist denn hier drüben schon wieder? Achso, ihr müsst auch aufpassen. Die Fahrzeuge können euch auch umfahren. Und wenn die euch umfahren, dann ist Feierabend für den Tag. Also, dann ist der Tag beendet und ihr könnt wieder von vorne anfangen. Deswegen, nicht vor Autos laufen. Ähm, das tut weh. Ja, jedenfalls in Simulationen. In Casual, also in, in Dings kann das vielleicht nochmal anders sein. Aber, Januar, hm. Aber ansonsten sieht das eher schwierig aus. So. Wunderbar, hier gibt's noch ein Ticket. Wunderbar. Damit 220 Punkte. Das läuft. Oktober 19. Da haben wir gleich den nächsten. Sag mal, es geht ein Jahr ab. Ist ja Wahnsinn. Dann nehmen wir gleich den nochmal dazu. Und schreiben den auch wieder auf. So. Zack. Wunderschön. Äh, es gibt's hier noch auf der großen Street zu tun. Da seh ich schon wieder den nächsten. Und ihr seht jetzt, wir sind jetzt fast 20 Minuten unterwegs. Und, ähm, das, das zieht sich halt, ne. Also, das meine ich halt mit, äh, das könnt ihr euch am Anfang erstmal wirklich drauf einstellen. Dass das nur hier rumgerannt ist, äh, zu Fuß. Aber nicht, äh, muss aber nicht, äh, zwungenermaßen sein. Ne? Das kann auch länger dauern. Das, äh, darauf müsst ihr euch definitiv einstellen. Ich mach jetzt erstmal weiter Tickets hier. Und, äh, wenn unser, unsere Schicht vorbei ist. Weil, wie gesagt, das ist sonst jetzt hier zu, ne. Äh, sehen wir uns wieder. Und dann gucken wir uns mal den Abschluss an. Ich hoffe, dass ich es jetzt hier, hup, währenddessen nicht verkacke. Ähm, wir werden es gleich sehen. So. Dann, äh, seht ihr jetzt, unsere Duty ist vorbei. Äh, ging jetzt noch ein bisschen schneller. Ist doch nicht 4 PM. Das könnte dann doch noch ein bisschen eher sein. Ihr seht, 330 Punkte, ne. Ich konnte noch gut was aufschreiben. Jetzt geht's einmal wieder hier zurück zur Polizeistation. Ihr habt hier oben, ihr seht das, ne. Zack, zack. Ihr habt hier oben eine Markierung, falls ihr mal, äh, in, in Überblick verloren habt, wo ihr hin müsst. Zack. Und dann gehen wir jetzt hier an unseren Computer. Ne? Und dann wird jetzt halt geschrieben, was Fonse ist. Ne? Beziehungsweise jetzt kriegen wir halt die Auswertung. Ne? Shift Report. Ihr seht, alles Gucci hier. 4 Punkte, also kriegt man abgezogen. 13 insgesamt. Heißt, äh, mit dem Bonus noch immer dazu haben wir, äh, pff, halleluja. Ja, haben wir gleich mal. Ja, so schnell kann man es freischalten. Radarkontrolle und, äh, Dings, inklusive neuen Callout, Mirror Accident, also ein kleiner Accident, ein Callout Report Speeders ist mit freigeschaltet worden. Wir haben Bordford Landing als neue Area freigeschaltet. Inklusive Chester als neue Area freigeschaltet. So schnell kann es gehen. Ähm, und das meine ich halt. Wenn ihr keine Fehler macht und nicht so viel Punkteabzug bekommt, dann habt ihr, äh, kommt ihr relativ schnell voran. Das Ding hatte ich zum Beispiel erst, äh, beim Testen nach einer Stunde. Deswegen, und jetzt seht ihr hier schon in Bordford Landing, da könnt ihr, oder habt ihr die Aufgabe Tool Radar Gun und in Chester habt ihr den Callout Mirror Accident und habt das Tool Camera. Ne, Tool Flashing Light ist noch in, äh, Ankündigung, also sprich noch nicht mit drin. So, das heißt, wir schauen uns im nächsten Part, äh, die zweite Dings an und zwar Bordford Landing, also, ne, die zweite Region und werden dort, äh, Radaren, also Geschwindigkeitskontrollen bei, äh, zu Fuß durchführen, ähm, seid gespannt, ist, äh, das wird wild, also, wild, irgendwie wild, also, seid gespannt. In dem Sinne, lasst ein Daumen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, ja, und bis der Nauder Renne. Tschüssigowski. Tschü, tschü.